Wo ist der Ball hin? Hä? Träufer hat den Ball kaputt geschossen. Der Ball ist einfach weg. Der kommt auch nicht mehr wieder. Oh, Walker, Ruhe! Ruhe! Ich hab noch nie in der I-Kin gezogen, wisst ihr das? Sparta... Frankreich? Bist du so? Kante? Enggolo! Enggolo! Kante! Ja? Komm! Komm, nü! Komm, nü! Machin! Machin! Hä? 2-2? Das muss doch das 2-2 sein. Das muss doch das 2-2 sein. Das war so klar. Ach, Loris. Wirklich? Oh. Die 14k haben sich gelohnt. Ja, abseits. Haha. Entschuldigung. Was sind das denn für 2 Tore? Das wird wieder ein schöner Clip für FIFA Deutschland. Grüße gehen raus. Das ist... herrlich 2 Eigentorfer. Oh mein Gott! 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 Mali, der ist für dich, Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge, hier läuft auch wieder alles durch. Chat, ihr könnt ihr mir vorstellen, ich hab nichts gedrückt. Wirklich. Das lief von selber ab. Ich hab nichts gedrückt, Chat. Einfach gar nichts. Ich hab nur ein Dreieck zurückgepasst. Dreieck, seht ihr hier? Und dann packt alles rum. Ey, scheiße. Meine Bilanz ist im Minus. Nein! Was ist das für ein dummes Tor? Nein! Wir machen das mal. Nächste Game wieder. Oh, Murat, 2. Pfosten, sehe ich. Oh, lol. What? Future Star. Komm, machen wir die mal auf. Ich hab nur ein paar Mal auf. Ich hab nur ein paar Mal auf. Waaah! Ja! Schmink! Ja! Ja, Mann! Bam! Bam! Und Animation! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 Ey, dann löscht doch einfach bei einem Angriff. Digga, was macht der da? Mein Innenverteidiger haut konsequent den Ball rein. Uff! Digga. Boah, das gibt's nicht. Der ist drin. Clip, Bro. Was? Der ist einfach drin. Oh, der arme Junge, ey. Der arme Junge. Der ist so schlecht. Man steht hier 12-3 und verliert zwei Spiele in Folge durch solche Gegentore. Aber... Ja, LPSMessage darfst du sowieso erwähnen. GenN, der ist mega korrekt. Guck mal, wie hast du gesehen? Wie lange sind wir neu? Digga, das ist so ein gescripteter Scheiß. Guckt euch das an. Oh mein Gott, das ist ein Walkout. Ist das für Birthday? Spanien? ZM? Was?! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Denn der Augen ist immer noch gut. War, war, war unlucky für Faddle. Ja, war wirklich so. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Der Gegner quittet erst bei 13-0. Echt jetzt? Da fühlte er sich gebrochen. Also wirklich, verstehe ich nicht. Wie geht das? Also, weißt du, man ist kurz vor Ende der ersten Halbzeit und mein Gegner entscheidet sich erst bei 13-0 zu quitten. Guck mal. Guck mal was man im Papier macht. Guck mal bei dem Papier oben! Wir versuchen was exotisches. Bella Wabi, Junge. Knie! Oh! 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 Knie. Oh, ein Walkout! Oh mein Gott! Oh mein... Nein! Nein! Ist das, ist das das? Niemals. Was sage ich euch Leute? Wir haben einen Brauttax-Spieler gezogen aus einem 75 plus Pack. Ach du Scheiße! Bitte! Nein, boah, ich bin voll gegen die Ecke geknallt. Mein Kopf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jiga. Jiga. Stark, E-Sports. Beim Abruf der Spielerwerte ist ein Fehler aufgetreten. Schade. Schade, dass man sich jetzt nicht mehr mehr Spielerwerte aufrufen kann. Was ist das? Oh, Jasheen. Oh, da ist er vorbeigeflogen. Aber, ey. Mach was Gutes rein. Bitte. Nicht dann erst. Oh. Du kleiner Hurensohn. Dieses verdrechte Game. Ich bin so sauer. Du scheiß Wollsohn. Arschloch. Raus. Playstation aus. Ich spiel das Spiel. Nie wieder. Liegen zu deutlich hinten. Da geht nichts mehr. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tors. Er setzt sich durch. Und dann macht das Start. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Rein in die Masse. Ich habe mal eine Bier getrunken. Oh mein Gott. Wir machen Parajasalame. Fala me, fala me, fala me. Wir machen Parajasalame. Männer. Gleich in die Kabine. Alle reinfeiern. Aber. Mehr sagt vielen, vielen Dank. Mein Bester. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.